Hallo und willkommen zu neuen Aufnahmen von Let's Play Akras mit dem blöden Florimaster. Was? Ich bin blöd. Oh, du wirst gemein. Ja, du hast mich zum Schachtduell herausgefordert. Ja, ich geh wieder locker. Ja, klar, werden wir nachher sehen. Ich nehm nicht beim Wort. Ja, können wir machen. Ich hab da keine Angst vor. Gut, so. Ja, der Fertilizer ist hier drin. Ich weiß zwar nicht wie viel. Aber ich weiß, dass wir jetzt schon wieder 250 Getreide haben. Jetzt hab ich hier so ne Lehne gebaut und die kann man hinten an den Sitz den Rand klatschen. Ja. Ah, jetzt weiß ich, wo das Problem liegt. Ha, der braucht noch das Upgrade wieder. So wollte ich das jetzt aber nicht haben, lieber Spinner. Dankeschön. Äh, apropos, müssen wir die noch irgendwo Sludge wegbringen? Äh, den Eimer haben wir noch. Die Quest wäre fertig. Ach, hast du schon abgegeben? Ja, aber irgendwie packt das so. Willst du mich verarschen? Alter. Ich versteh nicht, wie diese Sitzteile funktionieren, sondern... Pff, keine Ahnung. So, jetzt geht die große Ernte los. Ich hab den Fertilizer geupgradet. Oh, oh Gott. Ja, also den werden wir aber definitiv nicht dauerhaft laufen lassen. Das ist eigentlich nur jetzt mal temporär dafür, dass wir halt möglichst schnell das Getreide zusammen kriegen. Ach ja, 300 Getreide. Was? Warum? Ich weiß. Was? Kannst du mal kurz wegkommen zu mir oder... Ich weiß nicht, aber... Ja, gleich, ich will mal gucken. Oh. Nee, lass uns. Mach erstmal deine Aufgabe fertig. Wie geil ist das denn? Nein. Wir haben, glaub ich, ein Problem. Nein, denn... Der Fertilizer kriegt nicht genug Strom. Ähm... Machst du das aus? Nein, das Problem ist, wir haben nur Harden-Kondurz da langliegen. Wir müssen die besseren Kondurz da langlegen. Oh Mann, würdest du mir gleich noch einmal kurz helfen? Nein. Bitte. Dann helfe ich dir auch nächstes Mal beim Haus. So, jetzt hab ich's hinbekommen. Oh, toll. So, was denn? Soll man hier gegen die Wand gucken, oder was? Nein. Dong, dong, dong. Hier soll eigentlich eine Theke sein. Wo man dann essen kann. Kannst du mir denn nochmal... Ja, du kannst nochmal einen Jetpack haben. Komm her. Nee, oh Mann. Ja, dann gib her. Musst du aufladen. Warum hab ich das nur bewusst? Wir brauchen definitiv ein größeres, ey. Das verliert der Sekundentakt-Energie. Das hat ein Lack. Okay. Sieht man ja auch. Hinten sprüht es schon Funken. Das ist der entzündete Treibstoff. Hoffentlich, das explodiert nicht. Das Ding. Ja, aber dann explodiert doch nur ich. Kann dir doch egal sein. Ja, okay. So. Äh, hier hat Kitchen. Nee, jetzt will ich nicht. So, 20% Brot haben wir schon zusammen. So, dann... 20% schon? Das ist nicht schlecht. Das sind 2000 Brote schon. Soll ich denn wirklich Bragging Rights da schon weitermachen? Ah, dafür brauchen wir wieder Enderium. Enderium. Ähm. Wir brauchen einmal... Ach nee, Strongbox heißen die Dinger ja. Da brauchen wir vier Stück für... Jetzt packst du wenigstens nicht rum. Gut, jetzt brauchen wir Tische. Da brauchen wir vier Stück für und für den Tank auch. Das heißt, wir brauchen 16 Enderium. Äh, 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 Tisch, Tisch, Tisch. Warte mal, 16 Enderium. Aus einem Eimer... Nee, ich hau... Ich zeig's einfach mal drei Stack Enderperlen. Ich glaub, aus einem Eimer kriegt man doch... Wie viel raus? Beim Schmelzen kriegt man 1 zu 1, da kriegt man vier. Das heißt, drei Eimer brauchen wir. Ach egal, ich mach gleich ein bisschen mehr. So, Problem ist nur, die Dinger stehen hier gar nicht mehr. Fäppen gerade auf. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mach ich einfach mal. 11, tschüss. Du hast geil an den Tischen, die man jetzt hier im Bibliothek... Öl. Jo, wof, das kann man da... Auf kann man als Items denn legen? Hä? Wo sind denn die beiden Maschinen? Achso, der Magma Crucible ist noch hier, aber der Fluid Transposer nicht mehr. Oh, und so. Ja, das sieht doch schön aus. Ach ja, stimmt. Haha. Das machen wir einen Vierertisch. Von mir, ich weiß sogar... Weiter weg, der weiter weg ist, ist es nicht bestimmt. So. Dann brauchen wir von dem Zeug noch wieder was. Wir wissen nochmal. Stackt. Äh, ups. Ups. Ich hab auch so sehen, mal einen Stack Pyrrothium Dust gemacht. Was bringt der? Diesen Dust? Das ist das, was man bei Enderium braucht. Und ich könnte es hier einfach mal so was reinpacken. Aber ich mach uns gleich ein bisschen mehr Enderium, dann können wir uns vielleicht das große Jetpack nächste Aufnahme machen. Na, okay. Oh, ein Questbook-Session. Das packert es da hin einfach. Wir haben auch nicht genug Questbooks schon. Alles war. Ja, wir haben ja auch ganz viel hergestellt irgendwie. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Nee, ich auch nicht. Kennt diesen Storymaster nicht. Wer war das? Ist ein Idiot. Das ist das Einzige, was ich weiß. Die Questbücher haben wir denn jetzt eigentlich? Also ich glaub noch nicht so viel. Also, ich hab hier allein, glaub ich, acht Stück. Ah, jetzt verstehe ich das mit den Lehnen. Nee, vier sind das. Also... Ja, die Lehnen hab ich jetzt verstanden. Gut. So. Bühne, siehste. Und Tobi bekommt einen länglichen Tisch in deinem Zimmer gestellt. Tisch. Kannst du alles noch umbearbeiten in deinem Zimmer? Nö. Du kennst mich. Äh, dann baue ich das jetzt einfach so, dass es scheiße aussieht. Dann mach das. Und irgendwie ruckelt der Server schon wieder so ein bisschen. Ein bisschen, ja, ist mir aufgefallen. Ein kleines Bieschen aber nur. So, ich hab 16 Stück gesagt, die ich brauche. Und wenn da mein Bett steht, möchte ich da gern meinen Tisch haben. Dort mein Stuhl. So. Ach, aber eine Sache können wir bei der Mob Farm Plus machen. Wir können Mob Essenz machen und enorm viele Mobs halt spawnen lassen. Unter anderem halt auch Enderman oder ähnliches. Ich glaub, das wär sogar relativ sinnvoll, wenn wir das machen würden. Oder? Brauchen wir nur ein Schwert, was One-Head legt, damit die sich halt nicht weg-teleportieren. Ja. Bei Endermans von hinten, das ist ein bisschen... So, haben wir davon vielleicht noch eine? Yo, haben wir sogar noch. Cool. Und wenn ich jetzt von hier hingucke und direkt auf die Ecke da reinhabe? Ähm, dann sämt mich in den Tanks einmal. Nö. Okay, ich weiß doch nicht, wie es funktioniert. Ist mir egal, ich baue es immer ab und hin. Ähm. Invertank. Dankeschön. Rainforest Tank. Gibt's hier Computerkraft? Nein, leider nicht. Oh, das wär so toll gewesen, hätte ich jetzt einen Computer auf den Tisch gestellt. Nee, nur du. So, die normale Strumbox haben wir nämlich nicht mehr. Ich brauche nur mal Tische. So, und die nächste Questreihe ist fertig. Welche denn? Ach nee, gar nicht wahr? Dieses Illuminator Frame noch. Welche Quest machst du denn gerade? Wer ging Rides oder welche? Ja. Äh, Silbern Nuggets? Welche Quest davon? Family Expansion? Ja. Ja, da brauchst du nur noch dieses Illuminator Rahmen. Ja, bin dabei. Und der grüne Herzkanister gibt dir halt ein Herz mehr. Wer soll es bekommen? Keiner, was? Aber wie? Nee, egal. So, jetzt auf zur dritten Reihe. Nee, 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 sind sogar fertig, glaube ich. Ach nee, ne Leadstone Energy Cell haben wir noch nicht gebaut. WTF? Die kleinste Cell haben wir noch nicht gebaut. Und da so, äh, Reaktor, Reakt, äh, Reaktantendynamo brauchen wir noch. Hm, hab ich auch gerade gesehen. Sechs Tische müssten reichen für das. So, sieben Minuten ungefähr noch. Oh, du hast auf der Zeit. Oh, ich bin stolz auf dich. Ja, du mich auch. So, und wie hieß das andere noch? Die letzte Dynamo. Reaktantendynamo. Vor allem haben alles, bis auf die blöden Zahnräder, davon. So, und auf zur dritten Reihe. Ähm, gut. Ja, okay, ich kann keine Tische wegbauen. Ja? Guck dir mal jetzt die dritte Reihe an. Gott. Und misks. Ja, Inverkampfschlüssel, genau. So. Was geht das mit den Smaragd? Äh, nee, mit den, äh. Du kannst mir jetzt sicherlich nochmal schnell sagen, was das ist, weil das meiste davon haben wir deswegen. Also, wir brauchen eine weiße Steinwolle? Nee, das mit dem Inverkram. So, Inverkampfschraubenschüssel. Äh, Battle Ranch. Ähm. Das dauert eine Sekunde kurz. Du musst was zu essen, sonst wäre Hunger ich. Baby Instant. Hab ich. Diese Angel, das ist wahrscheinlich... Eine Inverangelroute? Genau. Eine Inverangelroute? Hab ich. Also Inverroute. Äh, dann noch eine Inverschaufel. Ja. Itemdukt, Fluiddukt, Gamer, also Steinwolle und Wirkskomponenten. Äh, Itemdukt, ein stinknormales Itemdukt. Ja, das steht hier drinnen. Okay, so. Itemdukt. Also erfüllt jetzt? Ja, er ist erfüllt. Gut, dann Fluiddukt. Mit denen bauen wir aber nicht, auch wenn man da die Flüssigkeiten sieht, aber die erzeugen Lecks zu doll. So, und was jetzt? Äh, äh, warte, warte, warte. Ähm, jetzt brauchst du noch ein Schema. Also ne, ja, ne Bau... Äh, Schematic. Äh, wie schreibt man die denn? Da. Schematic. Ah, haben wir sogar alles. Passt. Weiter. Die Rugbull brauchst gar nicht machen. Die können wir nicht machen. Dafür brauchen wir, äh... Gehärteter Fluxkompensator. Äh... Und ein Multimeter. Ja, ich hab's auf Deutsch, tut mir leid. Äh, macht nichts da. Bringt dann dieses Ding. Ich hab's ein Schrägchen. Wir brauchen Slack. Ähm... Oh, ist das süß. Das heißt, wir müssen Pulverized-Kram mit... Ähm, wie kann man diese Sachen abbauen? Kannst du das mal bitte sagen? Weiß ich nicht. Gut. Das heißt, wir müssen irgendwas Pulverisiertes mit... Sand vermengen. Ja, mit Sand vermischen. Gut. Auch wenn das schade ist, aber ich hau jetzt einfach mal... Zinn da durch. Okay, das sieht echt dämlich aus, das Schild. Nein, das mach ich weg. Eine einzige Rugbull brauchen wir nur, oder? Eine Rugbull, ja. Bitte. Ich weiß gar nicht, dass es Steinwolle gibt. Ist, äh, Wolle, die halt nicht abbrannen kann. Ah, ich glaub, mit dem Fluxkompensator kannst du nicht vollständig ausbauen, oder? Ich weiß es nicht. Äh, ich hab genug Resonant-Kram gemacht, glücklicherweise. Gut. Ach so, man kann alles mit der Hand abbauen, wie du... Ah, gut. So. Dann guck ich jetzt noch einmal. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ähm... Das reicht mir schon. Hä? Ach so. Ach, nein. Was denn? Ähm... Wir brauchen acht davon. Ich hab jetzt vier. Okay. Ne, fünf hab ich jetzt. Ja, ich muss sie weiß färben. Deswegen. Ja, ein bisschen weiß, äh, die weißen Farbstoff. Ja, aber ich brauch acht Rockwool dafür und ich hab nur fünf Stück. Das ist das Problem. Und das Zeug, das, äh, ist 25% Chance. Nur sechs Stück, sieben Stück. Acht. Passt. Steinwolle. Wie macht man denn Steinwolle? Äh, aus Slack. Okay. Hat's funktioniert ja nicht. Ja, ich hab das zusammen jetzt. So, dann bräuch ich noch das Multimeter. Multimeter. Oh, das kenn ich so aus dem Kopf schon. Dass man das braucht. Vor allem, wir machen damit auch überhaupt nicht unser La- Äh, die ist im E-System irgendwie voll durch die ganzen einzelnen Items, nur. Ganz schlaff überlegen, wie ich das gebaut hab, das heißt. So, wie sieht's denn eigentlich momentan mit Gravel aus? Immer noch miese. Okay. Ja, genau. Genau, 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 genau. Ne, ich hab's hier. So, und jetzt noch sämtliche Formen von diesem blöden Flux-Kram. Ähm... Dann machen wir einfach ne ganz Umrandung raus. So, Leadstone. Abend. Redstone. Hey, konnt sogar komplett durch, alles in einem Zug machen. Jetzt bräuch ich nur noch die Rockwool. Und weißt... Ja. Ja, und weißt du jetzt, warum ich erst so ein bisschen die Grundversorgung an Kram machen wollte? Äh... Ja, dann kann man gleich alles sofort spammen, die ganze Quest. Und das deutlich schneller mit den Quests. Und ich konnte dir auch grad ganz nett verfolgen, was du gemacht hast, das ist toll. So, jetzt sollte die Quest fertig sein. Oder gibt's noch ne Folge-Quest? Nein, du kannst dir jetzt ne... Killing Task. Klask. Was? Blitz. Blitz? Wie soll man denn... Kann man bitte Blitz bekommen? Alter. Gut, ich mach'n anderen Quast weiter. Ähm... So. Blitz spawnen ja eigentlich nur in Schneebiom, so wie ich das weiß. Obwohl es alle halt schneit. Ja. Aber das ist auch ne ganz geringe Chance, dass da was spawnt. Ja, wenn wir einen einzigen haben, fangen wir den ein. Das heißt, wir machen doch die Monster-Farm. So, dann guck' ich noch mal kurz beim Getreide vorbei. Na, echt scheiße. Ach nee, ich wollte die Energie-Line noch mal schnell umbauen. Gut, das Haus werden wir eh noch nicht fertig kriegen, aber das Dach wird jetzt ganz nur gemacht. Ähm... Energy, hoffentlich reicht das. Ich helfe mir mal mit drin ändern, dass ich nochmal, äh, Conduits wieder fertig machen muss. Conduits, ja, kann ich dir nachher nicht sagen. Ja, wenn wir's vergessen, dann ist das so, aber... So. Ich hoffe, die reichen. Weil das Miese ist, ich darf die nämlich hier überall jetzt austauschen. Zwar schade um die Harden-Conduits, aber... Wahrscheinlich wird ein Großteil davon wegfallen. Nein, verdammt, das wollte ich nicht. Es spawned unten, naja, es ist alles unten gespawnt. Ich muss jetzt irgendwann mal ausleuchten, da unten. Aber jetzt zieht er nicht runter, ohne Wurst. So. Jetzt hab ich auch noch eine Nachricht auf dem Handy bekommen. Ja, dann guck mal nach. Äh, nein, ich laufe grad mit, äh, Shift-Taste durch die Gegend. Äh, also ein Großteil der Conduits fällt weg. Ist zwar schade, aber ist mir jetzt in dem Sinne eigentlich egal. Wir haben genug, dass wir da neue machen können. Und sonst stellen wir einfach eine größere Dust-Produktion zwischenzeitlich mal rein. Und dann kriegen wir auch wieder Redstone, weil von dem Rest haben wir genug. Wir haben, glaub ich, 15.000 Eisen oder sowas, was ihr eben gesehen habt. Ja, jetzt krieg ich das Ding nämlich genug Energie. Hier machen wir es dann. Da, da. Ach, hier mach ich mir das mal einfach. Oder tausche ich das im E-System? Ach komm, ich mach gleich die ganze Linie fertig. Wenn ich schon mal hier unten bin und wir ein bisschen wieder überziehen. Überziehen wir wieder? Ja, wir sind schon zwei Minuten über, 16 Minuten drüber. Ah. Aber ist mir jetzt egal. Ich will mal schnell die Energie-Line hier fertig machen. Ach so, und warum will die Parts jetzt ein bisschen kürzer machen? Weil wir die anderen Parts ein bisschen überzogen haben, deswegen müssen wir wieder... Also insgesamt sind wir bei Part 35, haben wir knapp eine Viertelstunde noch überzogen. Und deswegen machen wir die Parts jetzt halt ein bisschen kürzer. Ich hoffe, das stört aber nicht. Und wenn, Flo ist schuld. Nein. Tobi ist schuld. Okay, ich war einmal wegen der Neter-Folge. Also du warst mehr als nur einmal schuld, wo du sagtest, ach komm, lass doch mal ein bisschen machen. Na, und? Hast du was dagegen? Nö. Habe ich doch nie behauptet, oder? Oh, Flo-Jing hat das Spiel betreten, ja. Ja, so. Gut, dann würde ich jetzt aber sagen, jetzt machen wir mal einen Cut. So, mal kurz den Kram wegpacken. Muss ich das Dach wirklich on-screen bauen? Ja, macht doch einfach so. Egal. Nehmen wir Bilder aus Wands, zack, 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 fertig. Dach. Ja. Und das Wand. Ah, ja, das war doch. Du kannst die Schrägen doch auch damit machen. Ersten Punkt, Endpunkt. Und dazwischen lässt du einfach setzen. Fertig. Das, was du jetzt beispielsweise machst, hättest du auch mit ein Bilderswand machen können. Dauert mir zu lange. Da bin ich schnell so geworden. Ja, gut, wenn du mal. Dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschau.